Hallo, mein Name ist Lukas Herzog und ich bin bei den MRP Riesen Ludwigsburg in der 1. Basel Bundesliga. Im Jahr 2021 beginnen wieder die BBW Grundschul-Ligen, also trainiert weiterhin und bleibt fleißig am Ball, dass ihr dort dann richtig durchstarten könnt. Ich habe für euch heute eine Übung vorbereitet, die den Core und das Ballgefühl verbindet. Also sozusagen trainiert ihr bei meiner Übung die Rumpfmuskulatur, den Bauch und verbessert zugleich auch euer Ballhandling. Alles, was ihr für die Übung braucht, ist ein Ball und eine Matte. Wenn ihr keine Matte zu Hause habt, könnt ihr es natürlich auch gerne auf einem normalen Hausboden oder Teppich machen. Ihr setzt euch auf den Boden, nehmt den Ball in die Hand und dann beginnt ihr mit der Übung. Die Übung geht so. Natürlich könnt ihr auch eine Competition draus machen mit euren Freunden oder Familienmitgliedern, wer weniger Zeit braucht, um 20 Wiederholungen zu machen. Also könnt ihr es dann natürlich auch euch selber herausfordern und die Übung natürlich viel schneller machen. Also viel Spaß bei der Übung und bleibt weiterhin am Ball.